So was mir gerade passiert ist Was? Ich hab vergessen aufzunehmen Nein! Doch! Ich guck gerade so rüber Sie so, hä? Warum steht er auf da und starten? Ich spring einfach in den Tod, das ist traurig Was geht Leute? Hallo, wir sind hier SheikGurke24 Und heute spielen wir gemeinsam weiter Minecraft Bad Wars Mit dabei ist mal wieder der wunderschöne, einseits bekannte Die Gurke Genau, genau, mir wurde mein Lebenswillen von dem Typen geklaut Soll ich sagen, warum mir dein Lebenswillen, äh, vielen Dank dir geklaut wurde? Ja, das kannst du gerne erklären Also, wir waren grad in der Runde Bad Wars Und ratet mal, was er gemacht hat Ja Nicht aufgenommen Ich sollte mich einfach löschen Zum Aufnehmen mach ich immer Ich nehm das Mikro immer falsch auf und alles Und dann noch in den Tod springen, weil man zu inkompetent ist Blöcke richtig zu platzieren Das ist auch mein Move Das sind halt einfach Scheiße Ich weiß nicht, warum ich YouTuber geworden bin Das denk ich mir auch immer Baden, Baden krieg mir das an Sag mal, wo willst du jetzt eigentlich hin? Ich möchte auch nicht in der Insel Ne? Okay Okay, lass, 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 lass grau flexen Ich hab'n gespitzhackt, weil die haben Endstone Das ist gut Ich hab'n nämlich nichts, weil ich scheiße bin Abwart Bau einfach ab Ach, mach den Wir sind beide schlecht Wir sind beide schlecht einfach Ja, ich bin nicht verrext Mann Mann, was stimmt nicht mit uns Geil Ich push die trotzdem, ich schaff das Ich schaff das Ne, du schaffst das nicht Doch, doch, ich schaff das Ich hab'n Vertrauen in mich selber Mann Ganz ehrlich auch Ich versteh halt nicht, warum wir es immer wieder versuchen Ich weiß es auch nicht Das klingt Baddoss ist eigentlich zu klasse für uns Wurde grad mit rüberkommen, ne Aber nein, natürlich, ich seh' Ich guck'n einfach nur dahin und seh' Du bist auch noch Ich hab'n Block geschafft Das ist echt scheiße Ja, geil, ich bin tot Mit 64 Blöcken So muss das auch sein Das dauert jetzt auch ewig Die haben gleich Schaden Die haben gleich Emeralds Die haben gleich alles Und wir hängen immer noch weiß ich nicht, weil Du immer pushen willst Also Die einzige Runde, die wir bis jetzt gewonnen haben Haben wir gewonnen, weil ich gepusht hab' Nein Boah Die einzige Runde, die wir gewonnen haben War, weil Ich da war Achso Achso Ja, wär' ich nicht einfach nur in der Lobby gewesen Und wär' ein Zuschauer gewesen Dann hätten wir nicht gewonnen Achso, achso, ein Ding ist gut Ja Merkst du, ne? Jetzt hör' doch auch rüber zu gehen Wir schaffen das nicht, wir Ich hab' jetzt ne bessere Spritzhacke Ja Bessere Spritzhacke Aber das Das bringt dein Skill nicht voran Ich glaub' nicht Er hat einfach fame Du bist so scheiße, ne? Ich hoffe Ja, ich weiß das Ich weiß das Effekt Ich hoffe einfach, dass ich irgendwann nicht mehr mit dir aufnehmen muss Okay Aber die Kicks laufen mit dir einfach besser Und solange das ist, wird sich mit dir aufnehmen Ich kann dir sagen, warum die Kicks mit mir besser laufen Weil du alleine nicht aufnimmst Willst du mal gehen? Nee Weihnachten ist ja eigentlich so die Zeit der Liebe und so, ne? Aber irgendwie hasse ich durch Weihnachten es laufen nur noch mehr Es war auch noch nie ne Freundschaft, ja? Wir hassen uns einfach die ganze Zeit Ja Wir haben sich erst mal miteinander geredet und haben so gesagt Okay, lass' ich's einfach nur mal mit Profit machen Hilfe Jetzt nimmst du mir noch mal ne Hilfe Ja Deine Hilfe ist so Der steht Der steht einfach da Deine Hilfe ist so Deine Hilfe ist so Wie als wenn du Als wenn du mit dem G-Fehler fliebst Perfekt Guck mal Du kannst gar nichts, man Ich weiß Lass' uns doch einfach normal spielen, okay? Okay, lass' einfach Mit Hypex verlassen Und jetzt n Einfach Normalen Minecraft Survival Nee, ich geh' jetzt auch gar nicht mehr hin und push die Das ist mir zu dumm Natürlich Ich bin einfach beleidigt Ich geh' jetzt rüber zu dir, Insel Snack' ein paar Dias weg Und dann Die haben denselben Plan Wie's aussieht Ja, natürlich Aber Die sind halt einfach besser Jeder ist besser Blau Wenn du jetzt da rüber gehst, ist unser Bett weg Jetzt seh's Jetzt seh's Bring lieber mal in den Tod, damit ich unser Bett verteidigen kann Joa, mach das mal Und damit ich unser Bett verteidigen kann, meine ich, dass ich Einfach nur da stehe und zwei Hits mache und dann verpackt Und tschüss Grau Äh Blau Äh Warum Wir werden Penetriert Grau Grau Jetzt werden wir von allen Seiten wieder penetriert Ich hasse mein Leben Aber Weiß Ah ne Okay Weiß kommt Ja, ich sehe es Bleib mal hier unten Nichts ist runtergekommen Der hat ja Diamanten weggeschmissen Ja, damit er nicht stirbt Bleib mal hier unten Damit er nicht runter kickt Er wird jetzt den sehr offensichtlich vertroffen Ja, da ist unser Bett halt weg Eine Sorge weniger Ja Er ist Profi Wir verlieren eh Er ist Profi Guck mal, jetzt platziert er Wasser Das ist so ne Guck dir den an Der spielt mit Autoklicker, Digga Ich hab genau gesehen, dass der einfach mit Autoklicker gespielt hat Ach cool Ja, Digga Nee Disconnect Ja Leute Leute Leute, also Heute war das auch schon im Menü Ja, also Leute Das war's mit dieser Folge Minecraft Bad Wars Unser Pad ist grad schön gestorben Ich geh jetzt Singleplayer Welt Und war noch so groß Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen Werden ja lasst gleich Warte, ich muss kurz laden Die Welt muss kurz generieren Dauert kurz Spiel ist vorbei, Weiß hat gewonnen mit dem Autoklicker Jo Jo Das ist so gottlos, wenn man mit Autoklicker spielt Digga, Alter Bro, der kam einfach auf mich zu Hat einen Hit gemacht und ich war 50 Meter weg Der eine hat sich einfach mit Dings hochgeboostet Und hat einmal mit Autoklicker sich 10.000 Blöcke unter sich geh Dings, Alter, ich bin auf dem Baum gespawnt Okay, dann würde ich mal sagen Ich verwechselt Tasten, okay Das war's mit euch Ich hoffe, sie hat euch gefallen Falls ihr alles gerne habt Ja, lasst doch mal gerne den Daumen nach oben da Und den O-O-O-J-E-A Okay Und tschaaa Leute